Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, 6. April 2017, Donnerstag, schreiben wir die 91 vom Geek Talk Daily Podcast und ich habe euch die folgenden Themen mitgebracht. Dropbox, Daydream, Play Store, Skills, Apple Music, iCloud, SGSS 8, Windows 10 Datenschutz, Windows 10 Creator Update, Xbox Apps, YouTube TV, Twint und Siri. Das waren die Themen und ich würde sagen, wir vertiefen das Ganze jetzt ein bisschen. Dropbox hat jetzt offiziell eine neue Web-Oberfläche bekommen. Seit etwa drei, vier Wochen habe ich die bei mir zum Glück oder wie auch immer schon drauf. Wirkt deutlich aufgeräumter, hat mehr Struktur drin, wie ich finde und für mich die beste Neuerung daran ist, die Subdomain, die sie neu eingeführt haben, fotos.dropbox.com. Da kommt ihr direkt auf eure Fotos, die ihr in der Dropbox drin habt. Schaut dann ein bisschen aus wie bei iCloud und bei Google und ähnlichen Diensten. Sehr, sehr, sehr schön gehalten und nützlich und praktisch. Alles in einem. So viel zu Dropbox. Und ja, ein Traum, der vernichtet wird. Das schafft ja Google immer wieder, Dinge in die Welt zu bringen und später wieder zu begraben. Gut, begraben haben sie es noch nicht und ich denke auch nicht, dass sie so leicht aufgeben werden. Aber im letzten Jahr an der Google.io haben sie ja die Google Trade Dream Geschichte vorgestellt. Die eigene virtuelle Plattform, also die Plattform für virtuelle Realität, auf die dann andere Smartphone-Hersteller mit Android als Betriebssystem aufspringen sollten. Wir schreiben jetzt das Jahr 2017. Die MWC, Mobile World Congress, ist schon durch. Und ja, da sind ja die grössten, neuesten und heißesten Telefone aus dem Android-Bereich meistens vorgestellt. Das HTC-Teil wurde vorgestellt, das LG, das Samsung, das Huawei und ja, alles Mögliche. Aber was haben alle gemeinsam? Genau, die haben alle kein Daydream on Board. Da wird es Google schwierig haben, denn natürlich Samsung hat einen eigenen Standard. Huawei will ja auch am Bauen des einiges solchen sein. Sony hat ihre eigene Geschichte und so weiter und so fort. Mal schauen, ob es aus Daydream noch was wird. Ansonsten mag ich mich an meinen Satz damals zu der Google.io im letzten Jahr erinnern. Das wird nix, Jungs. Mal schauen. Was sie aber gemacht haben, ist den Play Store updatet. In der Version 7.7 gibt es einiges Neuigkeiten. Kaum was werdet ihr sehen, aber ihr werdet es zu spüren bekommen. Denn es wurde vor allem an der Sicherheit geschraubt. Apps aus sicheren und nicht ganz so sicheren Quellen zu installieren, ist ja auf Android wie auch auf iOS ziemlich einfach, nicht zu umgehen, aber einzudefinieren. Neu wird es so sein, dass ihr dann bei jedem Update quasi erfragt, bei jeder App, die ihr laden möchtet, erfragt werdet, ob ihr da wirklich von einem fremden Store oder aus einem fremden Bereich fischen möchtet. Sinnvolles Update sollte man dringend installieren. Amazon Echo Skills müssen nicht extra über die Web-Oberfläche installiert oder aktiviert werden. Bis anhin musste man oder durfte man ja jeweils auf die Web-Oberfläche gehen und da ein Häkchen setzen, sprich das jeweilige Skill aktivieren, dass man es nutzen konnte. Neu kann man das Skill einfach starten via Audio, also Sprache und dann aktiviert sich das Ganze von selbst. Wenn wir gerade noch unter Android waren, gehen wir dahin wieder zurück, aber mit dem Apple-Thema. Apple Music gibt es ja für Android, eine dieser Apps, die es da gibt von Apple. Und ja, das hat einen riesen neuen Anstrich bekommen. Was heisst ja riesen neuen Anstrich? Das, was Apple und der iOS mit dem letzten grossen Update im Herbst gebracht hat, kommt jetzt endlich auch auf Android. Wer den Dienst nutzt, und das sind ja nicht unbedingt allzu wenige, zumindest in den Staaten sind es recht viele, der wird das sicherlich darüber freuen. Das Update, welches ich gestern erwähnt habe, oder vorgestern, ne, glaube ich war gestern, iOS 10.3.1. Wenn ihr das installiert habt, solltet ihr euch vielleicht eure iCloud-Einstellungen anschauen. Apple rät da vielleicht mal einen Blick reinzuwerfen, weil beim einen oder anderen, zum Beispiel bei meiner Frau, hat sich das so ergeben, dass zum Beispiel der Kalender plötzlich wieder aktiviert wurde, obwohl man den eigentlich vorher nicht mehr genutzt hat. Ein bisschen Android- und iOS-Thema, nein, ein bisschen ein Samsung- und iPhone-Thema. Das SGS8 kommt, oder wurde ja vorgestellt, der Markteintritt steht kurz bevor. Und die ersten Tester haben ja die Geräte schon, sprich am Event selber wurden die Dinge ja verteilt. Und da hat einer einen Geekbench-Test gemacht. Geekbench, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein kleiner Benchmark-Test, mit dem ihr Devices wie eben Tablets, Computer und so weiter testen könnt, auf die Geschwindigkeit. Also wie gut, dass die Prozessoren mit dem Betriebssystem, auf dem sie laufen, funktionieren. Und da ist schon seit langem der Apple-eigene Prozessor sehr weit vorne, zumindest was Single-Core anbelangt. Bei Multi-Core gibt es den einen oder anderen, der es übertrifft. Aber im Single-Core schlägt das iPhone auch das SGS8. Und zwar ziemlich heftig. Es ist nicht nur das aktuellste iPhone 7 und Plus, sondern auch das iPhone SE und das iPhone 6S. Also ziemlich, in Anführungsschlusszeichen, alte Geräte, die im Single-Modus laufen. Und ja, es ist schon noch eindrücklich, auch wenn es immer mehr Apps und Dienste gibt, oder besser gesagt Möglichkeiten gibt, auf den Smartphones, die Multi-Core laufen, die Mehrheit läuft natürlich immer noch über den Single-Core. Und somit, ja, deutliches Plus fürs iPhone, würde ich doch sagen. Gehen wir übrigens zu Microsoft. Da hatten wir es ja, oder das heisst wir, die ganze Presse hat darüber geschrieben, als Windows 10 online kam, ein grosser Aufschrei, Datenschutz und bla bla bla. Alles wird, ja, nach Hause telefoniert. Wenn man natürlich offen kommuniziert, was alles passiert, dann gibt es genügend, ich habe jetzt nicht Idioten gesagt, aber genügend Experten, die da Dinge herauslesen können. Und ja, Microsoft ist jetzt sogar noch einen Schritt weiter gegangen mit dem Creative Update, haben sie detailliert ausgewiesen, was, wie, wo, wann und sowieso. Ich bin mir ganz sicher, jetzt wird es in den nächsten paar Wochen, wenn nicht schon viel schneller, den einen oder weiteren Experten geben, der da Dinge findet, die nach Hause telefoniert werden. Aber wenn wir schon bei Microsoft sind, bleiben wir doch gleich da, Xbox, die Spielekonsole. Ein Feature, was ich unter Android extrem gut mag, ist der Play Store, an und für sich, im Web. Wenn man da eine App ansurft, denkt, die könnte mir noch gefallen, auf meinem Tablet oder auf dem Smartphone, was auch immer, kann ich entscheiden, installiere mir diese App auf dem Telefon, auf dem Telefon und auf dem Tablet und was auch immer. Sehr, sehr genial, dürfte sich, zum Beispiel Apple, auch eine Scheibe abschneiden. Microsoft hat das anscheinend getan, denn aus dem Web Store, also auf dem PC oder Tablet, wo ihr immer drauf seid, könnt ihr von da aus, aus dem Microsoft Store raus, Apps auf eurer Xbox installieren lassen. Sehr cooles Feature. Bei mir aktuell hängen beide am gleichen grossen Monitor, somit sehr praktisch, wenn ich am Rechner bin, eine App sehe, muss ich nicht kurz wechseln und rübergehen, oder mir das Ganze auf die To-Do-Liste schreiben und dann doch wieder vergessen, sondern direkt die App installieren. Grosses Bravo an Microsoft. Gehen wir weiter zu Google. YouTube ist ja eine relativ, was heisst ich, eine Riesenplattform, was Video und generell Filmcontent anbelangt. YouTube TV war schon Anfang März angekündigt worden, jetzt geht das Ganze online. In fünf verschiedenen Städten in den USA. Für 35 Dollar kann man sich das Ganze buchen, hat circa 40 Kanäle, kann sich aber auch zusätzlich noch Sport oder Seriendinge obendrauf buchen, das kostet dann natürlich ein bisschen mehr, hat unendlichen oder nicht limitierten, ja eben unendlichen Cloud-Speicher, um Sendungen aufzunehmen. Wird spannend mit diesem TV. Mal schauen, wie lang das geht, bis es hier auch nach Europa kommt. Ich denke sicherlich das eine oder andere Jahr. Twint, die alternative Bezahlmöglichkeit auf Smartphones, namentlich iOS und Android, hat endlich das neue Update bekommen und die App sieht jetzt endlich auch mal ein bisschen normal aus. Was mich immer ein bisschen an Twint gestört hat, war die Bedienmöglichkeit, die war ziemlich zu all den anderen Apps, die es so gibt, gegensätzlich und ich muss mich immer zuerst zurechtfinden, auch wenn ich sie relativ häufig nutze. Das hat sich jetzt alles geändert. Ob das am anderen was ändert und wie viel mehr Benutzer, das sie jetzt bekommen dadurch, das wird sich zeigen, denn die ganzen Dienste oder Banken kommen ja erst mittelweilen oder nach und nach jetzt dann dazu. Dann habe ich noch ein kleines und letztes Apple-Patent. Sehr spannend. Wir hatten es ja schon mit Alexa. Das soll unterschiedliche Stimmen verifizieren können und dann darauf reagieren. Apple hat sich jetzt da anscheinend ein Patent sichern können, wie Siri merkt, dass eben nur derjenige dran ist, der auch Befehle ausführen darf. Auf jeden Fall wäre das praktisch, wenn sie das Patent auch in eines der nächsten iOS-Devices einfließen lassen würden. Ja, das war es auch schon wieder. Donnerstag, wie gesagt. Ein kleines habe ich noch. Wer Windows 10 das Creator-Update haben möchte, man kann es jetzt manuell ankicken. Wie das funktioniert, haben wir bei uns in den Shownotes verlinkt. Und ja, wie gesagt, Donnerstag. Morgen habt ihr mich nochmals und dann übergebe ich das Zepter weiter. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag. Euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.